Wir sind stolz, Ihnen zum 30. Geburtstag unserer RIDER das neueste und beste Modell vorstellen zu können, den RIDER Collection. Genießen Sie alle Vorteile eines RIDERS. Das vorderseitig montierte Mähdeck erlaubt es, unter Hindernissen wie Parkbänken und Büschen zu mähen. Eine bessere Übersicht über den Arbeitsbereich. Die Knicklenkung sorgt für hohe Manövrierfähigkeit und für einen engen Wendekreis. Zum ersten Mal werden nun alle Vorteile unserer bestehenden RIDER mit einer hochqualitativen Sammelfunktion vereint. Das Sammelsystem hat ein unverwechselbares Design, welches bei Geräten dieser Art noch nie zuvor gesehen wurde. Der Grasschnitt wird durch eine Förderschnecke in die Fangbox des RIDERS transportiert. Die rotierenden Messerklingen transportieren den Grasschnitt direkt zur Förderschnecke. Die stabile Förderschnecke transportiert den Grasschnitt in den Sammelbehälter. Ein verlässliches System, das im Gegensatz zu den herkömmlichen Sammelgeräten nicht verstopft, bei denen das Gras mit einem Luftstrom durch den Auswurfschacht befördert wird. Die Förderschnecke transportiert den Grasschnitt so kraftvoll, dass das Gras komprimiert wird. Der Fangkorb fasst annähernd doppelt so viel wie gewöhnliche Sammelgeräte. Das bedeutet, dass Sie weniger Stops zum Entleeren benötigen. Zusätzlich ist das Entleeren einfacher. Wenn die Sammelfunktion nicht benötigt wird, kann der RIDER einfach zum Mulchen wechseln. Per Knopfdruck kann die Sammelfunktion gestoppt werden und das Mähdeck beginnt mit dem Mulchen. Der neue Husqvarna RIDER Collection ist der vielseitigste RIDER, den wir in 30 Jahren gebaut haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017